so leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge gta 5 so michael war blau leute ganz da unten meine güte und direkt radio aus wahrscheinlich an so boah man da müssen wir uns aber echt beeilen leute ich lass diese videos ach es tut mir übrigens leid dass das video letztes mal ist ein bisschen komisch weil ich hab das nicht gesehen dass das so komisch aufgenommen hat irgendwie hat sich irgendwie automatisch verstellte ich weiß nicht warum ich gar nicht gesehen so da lang ja und leute ich werde die videos kurz online lassen dann werde ich sie nach einem tag ungefähr oder ungefähr werde ich die aufgelistet stellen weil mein ich hab noch mal drüber nachgedacht eigentlich das meine ich würde gta gerne machen aber die sollen nicht dauerhaft drauf bleiben videos also nicht öffentlich deswegen habe ich stelle ich die nach einem tag aufgelistet weil sport bleibt sport ist halt das was eigentlich auf dem kanal kommen soll ja nur ich fühle gta halt voll so als spiel deswegen ja bleiben die nur kurz öffentlich und dann werden die aufgelistet stellt das heißt wenn jetzt zum beispiel irgendjemand fragt ob er es mal gerne angucken möchte dann kann er mir ja irgendwie schreiben über instagram oder was auch immer kann ich irgendwie den link schicken und dann aber ich gehe mir davon nicht aus dass das passiert deswegen ja wie gesagt ich stelle die einfach aufgelistet ja also wie gesagt halt nicht auf privat sondern aufgelistet leute ne also man könnte die dann schon noch angucken wenn man den link hat man ist das hier ein weg ey so haben wir doch geschafft so wo müssen wir jetzt hin noch ein Stück weiter sogar ist ja hier irgendwo müssen wir jetzt aufsteigen oder was hä machen wir sicherlich dass es eine infestation ich habe immer noch ein paar schmerzige und schmerzige in der ich kann euch mit etwas helfen ja ich habe ein klasse ein klasse ein klasse ein klasse ein klasse ein klasse ich bin mir nicht hier du willst du eine lange voll von 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 Ach, ich muss sie klauen. Oh oh. Ne, muss ich jetzt auch noch die Polizei loswerden? Oh ne, muss ich jetzt echt die Polizei loswerden oder was? Oh, ich hab gar keine Lust drauf. Oh Leute, jetzt muss ich auch die Polizei loswerden. Ey, das ist doch nicht am Ernst. Da kann man die Musik... Ey, der Radio ist aus. Oh, ernsthaft, Alter, ey. Leute, das ist doch scheiße ohne Scheiß. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo ich hinfahren soll, aber die Polizei bei mir... Aua, Alter. Das könnte eine lange Folge werden. Yo, guck mal, ich kann doch nicht mal abhauen, ey. Wenn ich auf dich schieße, dann kriege ich auch noch Sterne, ey. Ja, verpissst euch einfach, Alter. Verpissst euch einfach. Ja, guck mal, ich kann nicht mal was machen, ey. Ja, ich krieg wahrscheinlich noch drei Sterne, weil die mich anfahren. Was ist das Bullshit? Oh, hoffentlich sehne ich mich nicht. Ja bitte, bitte, bitte. Ich fahre jetzt hier ganz außen, ganz außen. Keine Sau im Pferd. Ich fahre jetzt richtig weit außerhalb, ey. Oh, muss ich auch fast aus dem Spiel irgendwie nehmen. Kannst du Wasser fahr? So, komm, hier werde ich die doch losstellen, oder? Weil mich hier jemand findet, weiß ich auch nicht mehr. Oh, yes. Ähm, hallo? Warum ist das einfach angegangen? So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alle vier klauen, das wäre schon krass. Das wäre schon echt krass, Leute. Das wäre eine lange Mission. So, komm. So, wo muss ich eigentlich hin? Ja. Ja. Genau, gleich kommt wieder die Polizei, ich sehe schon kommen. Alter, wie schrott ist der denn bitte Bei der Schlangenwahl hat er eben vier Dinger gezeigt Ich weiß nicht, ob er alle vier klauen ist Das wäre schon echt heftig Das wäre schon richtig, richtig heftig Aber jetzt muss er irgendwo Ach, hier hoch, genau Ja bitte, aus dem Weg Some of us have to work for a living Yo! Que cova! Buch? Schon gestanden? Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet Leute, das habe ich überhaupt nicht Aber ich dachte, wir müssen alle vier klauen Weil da eben diese vier Dinger angezeigt wurden Oh, naja Ach, jetzt telefoniert er ja gerade noch Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wir müssen alle vier Ach, jetzt traf life Ich weiß nicht, wir müssen alle vier